hallo zu einem neuen video projekt von mir und zwar möchte ich euch ein paar projekte vorstellen die in zukunft auf diesen kanal beziehungsweise auch auf meinem twitch kanal stattfinden das video ist unterteilt einmal die projektvorstellung was darunter was man darunter verstehen kann und punkt zwei ist dann schon der start vom ersten projekt mit ein zwei kleinen tipps wie die videos auch führen will was ist unter projekte gemeint ihr wisst ich mag herausforderungen und deswegen habe ich mir gebe ich mir selbst immer ziele was ich gerne erfüllen will von eurer seite kommt sehr oft die frage wie kann ich denn gold machen ich verkauf überhaupt kein transmog berufe gehen bei mir gar nicht lohnen sich haustiere und so weiter und aus dem grund habe ich das ganze jetzt so geplant dass sie ein ziel setzen zwar eine million gold dass die projekte sind immer darauf ausgebaut eine million gold zu machen und jetzt schon mal voraus das erste projekt was heute start ist von null auf eine million gold auf einem neuen server komplett mit nichts anfangen dann anderes nächstes thema wäre zum beispiel eine million gold nur mit berufe kann sein sagen wir eine million gold mit inschriftenkunde eine million gold mit mit bergbau kräuterkunde eine million mit haustiere was für mich zum beispiel persönlich eine herausforderung ist weil ich das habe ich noch gar nicht gemacht also da in dem in dem projekt wird es dann darum gehen million gold mit haustiere machen wo kann ich haustiere farmen lohnt es lohnt sich diese auf level 25 zu bringen gibt es vielleicht händler wo man für marken irgendwo pets holen kann und die dann teuer verkaufen das ich bin zum beispiel in dem markt gar nicht drin und das ist für mich auch dann wo ich was dazu lerne okay das wusste ich gar nicht dass man mit diesem haustier doch so viel verdienen kann weil das andere nicht machen und so sollen die projekte aufgebaut sein also ich will euch damit einen ansprung geben oder zu zeigen dass man nicht mit einem projekt also nicht nur jetzt immer nur bergbau kräuterkunde sondern am ende sollte man alle projekte zusammen zählen und hat dann ein riesen setup was man eigentlich alles machen könnte in diesem spiel was alles möglich ist also so sind die projekte aufgebaut schon zum ersten projekt heute also gehen wir schon zum zweiten teil dieses heißt outland edition 0 auf eine million gold worum habe ich mir recht einfaches projekt am anfang ausgesucht weil es die standard antwort ist die ich euch gebe wenn die frage im stream kommt wie kann ich denn ins gold in das goldmaking in die wirtschaft wie kann ich denn da einsteigen und ich sagte immer eigentlich im stream fangt mit einem fahrberuf an am besten bergbau kräuterkunde kürzner oder auch angeln farmt eine gewisse menge an gold und fangt dann an ein berufesystem aufzubauen das ist so mein weg wie ich das ganze immer angehe es gibt tausend wege wie man das machen kann das ist so mein tipp mit dem ich eigentlich immer starte und das projekt dieses was jetzt so ist ist genau darauf ausgelegt als basis damit ihr mal seht okay so fange ich auf einen neuen server an ich habe jetzt da wie ihr seht einen duiden erstellt vor am mittwoch also vor drei tagen vier tagen heute sonntag die updates zu den projekten werden wahrscheinlich im wochen oder im zwei wochen rhythmus sein ich will berum habe ich das video jetzt schon ist da ist das projekt schon mittendrin am laufen ich will euch ja sachen zeigen was schon passiert ist und nicht was ich vorhabe ob es funktioniert hat ob es nicht funktioniert hat und ihr seht der charakter ist jetzt level 52 ich habe den server outland ein englischer server ausgewählt ich wollte nicht als erstes schon wieder auf den deutschen server anfangen wo ihr dann alle hingeht outland ist recht groß ich habe meinen high pop server er genommen und wollte mal schauen was da so möglich ist mein ziel ist ihm oder mein ding ist immer mit einem druiden starte ich auf jedem server warum der druide ist einfach ein talent der kann alles der kann transmog farmen der kann erze kräuter der kann also der ist in den farm berufen stark der ist in transmog farm stark der ist im flächen farm stark wie zum beispiel vampire farmen in revendreth und so weiter deswegen der duide wie habe ich den aufgebaut aktuell man levelt extrem schnell muss man sagen ich habe das neue startgebiet kann ich auch empfehlen fangt mit dem neuen startgebiet an nicht mit den alten die wir eh schon kennen man levelt da sehr schnell für einsteiger richtig spitze ich finde die erklärung des tutorial drin echt bombe ausgelegt und man ist in nur level 10 von level 10 bis level 30 bin ich dann ins rotkamm als allianzspieler jetzt als rotkammgebirge ins rotkammgebirge und loch modern und hab dort gequestet wenn ihr erbstöcke an habt es geht so schnell ihr seid so schnell durch die level durch zwischendrin habe ich noch classic instanzen gelevelt um ein bisschen erstens gibt es sehr viele erfahrungspunkte für instanzen und schon die chance auf das eine oder andere transmog item mit abzugreifen auf level 30 habe ich dann das fliegen gekauft durchs questen weil ich das gold bekommen habe und bin dann nach wod gegangen in wod das intro szenario wenn ihr levelt ist immer eine empfehlung wert wie kriegt man das intro szenario ihr müsst zu chromi gehen die ist in sturmwind oder in ug und die zeitwanderung für draenor auswählen dann startet die quest wo ihr zum dunklen portal müsst und dort die intro quest für wod die gibt innerhalb von einer halben stunde klickt ihr da 3 level also das geht echt schnell ja und danach bin ich mit meinem fliegen die wod schätze abgeflogen die auch viele erfahrungspunkte geben und hab danach wo wir jetzt schon zum ersten gold farm kommen angefangen bergbarkräuterkunde zu lernen und mit meinem fliegen mir war wichtig dass ich fliegen kann fürs farmen mit bergbarkräuterkunde in silitus angefangen schon die ersten arkankristalle zu farmen das ist auch da wo ich jetzt stehe wir fliegen ein bisschen nebenbei rum damit ihr auch seht ihr seht ihr kriegt da jetzt kaum erfahrungspunkte nur 100 erfahrungspunkte hab aber in der zone gelevelt warum weil ihr hergehen müsst wenn ihr in silitus oder sonst irgendwo in einem klassikgebiet erzekräuter farmen wollt müsst ihr zu chromi gehen wieder die zeitlinie kataklysmus auswählen denn die klassikgebiete sind kata und äh also klassikgebiete ist klassik und kata in einem und dann kriegt ihr deutlich mehr erfahrungspunkte ich glaub sogar 1000 erfahrungspunkte pro erz ich hab dann mit dem bergbarkräuterkunde farm äh schon einiges erstens jede menge erfahrungspunkte bekommen und gleichzeitig schon mein bergbau hochgeskillt und schon die ersten arkankristalle bekommen warum farmt man arkankristalle das ist vielleicht der wichtige punkt wohin jemand sagt was will man denn damit arkankristalle braucht man für arcanit bahn welche man wiederum für verzauberte elementium bahn braucht verzauberte elementium bahn braucht man 10 stück für die waffe donnerzone dieser ist eine legendäre waffe aus klassik und wird ist sehr 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 beliebt gerade unter transmog äh also als transmog wollen viele haben ich bin selbst gerade dabei mit meinem twink mit meinen twinks die fesseln zu farmen für diese für donnerzone und eben für eine quest braucht ihr 10 verzauberte elementium bahn die aus 100 arcanit bahn bestehen 100 arcanit bahn kriegt man durch transmutation von arkankristallen wo wir wieder am anfang sind jetzt von unserem farm und bei mir ist so ein arkankristall gerade 1000 gold wert was sehr sehr viel ist ich weiß es gibt server da ist der arkankristall 400 gold wert wir schauen den ledger rein weil ich habe nämlich schon ein paar verkauft ich habe nämlich schon wenn wir drauf klicken mit einnahmen ok tsm hängt ein bisschen arkankristall ich habe schon 64 arkankristalle jetzt in der level phase bekommen 34 sind gerade im 36 sind ja auch immer auktionshaus also ich habe gesamt 100 stück jetzt schon gefarmt und habe die auch schon innerhalb weniger tage verkauft für gesamt 55.000 gold mein charakter ist jetzt nach drei tagen oder nach vier tagen bei 70.000 gold und das ist schon nettes startkapital mit dem farm beruf ihr müsst natürlich jetzt nicht auf arkankristalle gehen ihr könnt auch andere erze und kräuter farmen gerade so klassik kräuter wie golddorn alles mal durchprobieren auch notend kobalt erz saronit erz nach nagrand gehen chorium erz farmen alles so ein ding wo ich sage nicht hergehen 1000 arkankristalle farmen sondern 200 kobalt erz 200 saronit erz 200 elementium erz und so weiter und dann werdet ihr sehen dass nach und nach auch einiges davon verkauft wird deswegen mein tipp immer farm berufe um gold aufzubauen ein kleiner farm tipp ich will die videos nicht allzu lang machen ihr wisst ich habe ein video zu dem addon gettermate gettermate 2 data und roots gemacht der link dafür ist in der beschreibung da wird das genau detailliert erklärt was machen die addons kurzen einblick ihr seht da mit gettermate 2 data und gettermate habt ihr auf der karte diese erze spawns diese kriegt ihr wie gesagt steht im video kurzer nochmal kurze einführung addons gettermate 2 müsst ihr auf import gehen wenn ihr data drauf habt könnt ihr kräuterkunde bergbau über den import button importieren dann habt ihr die da im spiel innen drinnen wenn ihr jetzt noch farmrouten haben wollt wie ich sie zum beispiel nutze geht ihr auf roots geht auf hinzufügen Route nenne ich jetzt arcan wichtig auch schauen wenn ihr nicht in der zone seid dass ihr die zone auswählt ich nehme reiches thorium aufpassen ihr dürft nicht alle spawn punkte wählen wenn es zu viele gibt weil das wären jetzt wahrscheinlich zu viele weil dann kann es sein dass sich das addon aufhängt und es zum disconnect kommt mir geht es jetzt da um reiches thorium ist im endeffekt die gleichen spawn punkte wie das kleine thorium und klick auf route erstellen wenn ich jetzt auf die map gehe dann schaut die katastrophal aus weil die anhäufungen nicht richtig sind deswegen machen wir nochmal roots auf machen gehen auf routen gehen auf silitus gehen auf arcan route optimieren ich lasse meistens 60 als anhäufung drinnen den haken bei extra optimierung rein und lasse das im hintergrund jetzt von unten fängt jetzt gleich eine prozentanzahl jetzt berechnet der mir eine route das lassen wir jetzt im hintergrund laufen und der macht mir jetzt eine schöne farmroute mit der ich nachfliegen kann wie gesagt das ist alles in dem video was in der beschreibung ist noch da sind auch noch mehr tipps und tricks wie man das addon von den farben einstellen kann zum thema arcan kristalle nochmal zurück man muss arcan kristalle nicht nur kann die nicht nur in silitus farmen man kann die auch zum beispiel im krater von ungoro da im kreis farmen oder in winterquell gibt es auch viele bevorzugen winterquell für den arcan kristall farm ich bin mehr der freund von silly aber jeder soll da farmen wo er spaß hat nur nochmal der hinweis jetzt in dem video es ist kein grund dass man jetzt nur arcan kristalle farmt wichtig ist dass ihr eure so wie es andreas sagt euer portfolio ausbaut nehmt saroniterz rein nehmt elementium nehmt titanerz mit überall mal vielleicht halbe stunde farmen das zeug ins auktionshaus rein wenn ihr seht okay mein ganzes corium ist mein ganzes titanerz war jetzt innerhalb von von einem halben tag weg ich gehe das jetzt nochmal farmen beobachte es wenn es wieder sofort weg ist dann kann man sagen okay die variante funktioniert ja gar nicht schlecht auf meinem server der preis ist hoch die nachfrage ist da dann gehe ich mal lieber jetzt einfach mehr von dem farmen wenn ihr seht saroniterz kauft gar keine dann hat was und versuch wert aber lasst es im auktionshaus mit laufen sonst farm berufe kreuterkunde logischerweise ich werde mit meinem twink ihr seht jetzt gerade hat die der pfad ist jetzt fertig berechnet wenn wir jetzt die karte aufmachen haben wir da eine optimale eine schöne farmroute die wir nachfliegen können das seht ihr entweder über das addon über die minimap sexy map heißt die sozusagen ich verwende gern sexy map als karte zum fliegen und fliege jetzt einfach stumpf dieser linie nach das heißt ihr müsst euch nicht groß auf die karte schauen fliegt einer karte einfach dem nach oder ihr verwendet addons wie farm hat das schaut folgendermaßen aus das ist sowas da ich zeige euch auch nochmal kurz im addon fenster wie das heißt unter f zu finden farm hat so schreibt man es da könnt ihr sozusagen mit das interface ausblenden und habt eine die linie eigentlich direkt vor euch ich bin nicht unbedingt ein freund von dem mir wird da relativ schwindelig bei sowas meistens ich finde das ich finde die variante zu farmen anstrengender andere lieben das so wie ihr seht da kommt jetzt gerade das storium daher und vor uns ist es eh schon wir bauen das ganze ab und weiter geht die wilde reise ich sage ich bin eher der freund von von der minimap ich fliege lieber so die linien ab anstatt dass ich da die ganzen sachen vor meiner nase habe das war einmal der erste tipp was man auch noch als tipp mitnehmen kann zum farmen was viele nicht wissen und zwar dunkelmondfeuerwasser erhöht eure abbaugeschwindigkeit bei allen erzen und kräutern die es so gibt also wenn ihr in classic grad so wie da silly am farmen seid dunkelmondfeuerwasser kaufen und nutzen entweder ihr farmt es am jahrmarkt könnt ihr selbst farmen am dunkelmondjahrmarkt oder ihr kauft es im auktionshaus ich sage mal die 100 gold ist es auf jeden fall wert weil ihr deutlich schneller abbaut allein psychologisch ist es schon ob es effektiver ist wenn man mal kurze pause macht kann es sein dass schon wieder der bonus vorbei ist aber für euch persönlich ist es von der psyche besser wenn man schneller abbaut hat man das gefühl man farmt schneller also das waren schon mal die tipps mit was ich angefangen habe mit dem charakter wie gesagt er ist jetzt level 70 ich habe jetzt mit bergbau kräuterkunde kirschner angefangen bergbau kräuterkunde angefangen ich habe auch schon nebenbei angefangen jetzt das geht jetzt dann schon ins nächste video schon angefangen mit transmog farmen auch transmog nehme ich immer mit am anfang aber dazu geht es dann im nächsten video das wie gesagt ich will die videos nicht zu lang machen sollen immer ein paar tipps für euch dabei sein und sozusagen die erste projekt vorstellung wenn der die million geknackt hat dann werden wir das nächste projekt angehen wenn ihr ideen habt für projekte dann schreibt mir die bitte in die kommentare rein ich bin offen für jeden vorschlag es sollten aber projekte sein wo ihr selbst persönlich dran spaß hättet ich habe schon einen vorschlag bekommen versucht doch mal mit verbundenen augen gold zu machen ja das wird wahrscheinlich nicht so spaßig sein mit verbundenen augen also es sollten schon sachen sein die sinnvoll sind und wo ihr sagt das da würde ich gerne mal das würde ich gerne mal sehen ob das möglich ist auch jetzt die idee mach mal nur eine million gold mit mit quest belohnung oder mit mit drop gold das ist möglich aber ihr wisst selbst wie lange das dauern würde eine million gold farmen nur mit mobs killen und das gold was man vom mob kriegt da geht das projekt bis bis zur nächsten erweiterung und noch länger also das sind projekte die nicht unbedingt spaß machen oder die sinnvoll sind realist möglich sind sie aber die sind einfach nur time gated dauert halt dann wochen monate jahre bis der charakter die million gold hat in dem sinn sage ich schon mal vielen vielen dank wieder fürs zuschauen bei diesem video wer bis zum schluss dauernd dran geblieben ist ich würde mich freuen wenn ihr einen daumen nach oben da lasst oder einen daumen nach unten feedback ein abo da lässt vielleicht das video sogar mit euren freunden teilt und auch nochmal danke auch an die finanzielle unterstützung an zusa speedy blutschip tobias und jolly die inzwischen schon youtube goblin sind in diesem sinn wünsche ich euch viel erfolg und bis zum nächsten video und bis zum nächsten video